Hallo, mein Name ist Anja Polschmidt. Ich bin seit zweieinhalb Jahren Therapieleitung in der Schlossklinik hier in Bad Buche. Ich war vorher in vielen Akuthäusern bzw. in einigen Akuthäusern, aber auch schon in der Reha als Therapieleitung und auch als eingestellter Therapeut tätig. Ich habe nebenher einen Bachelorstudiengang und einen Masterstudiengang gemacht. Der Masterstudiengang hat mich so ein bisschen zur gerätestützten Therapie gebracht, in dem viel vorgestellt wurde, in dem Kongresse beworben wurden, wo wir dann auch ganz gerne hingegangen sind. Und so bin ich schließlich auch über die Lyra gestolpert. Die Lyra habe ich kennengelernt, da wurde sie noch bei den Schweizer Betrieben. Ich habe mir auch so ein bisschen die Entwicklung angeschaut und habe irgendwann festgestellt, dass das die Maschine ist, die ich gerne für meine Gangrehabilitation haben möchte. Der große Vorteil der Lyra ist definitiv, dass man einfach nur reinfahren kann, dass man keine Treppe laufen muss, dass der Patient sich nicht drehen muss, dass ich eine vernünftige Geschwindigkeit kriege und dass ich die Schrittlänge verändern kann. Das ist etwas, was andere mittlerweile teilweise auch können, aber eben unter deutlich erschwerten Arbeitsbedingungen, einfach für den Therapeuten. Weil auch das ist eine wunderschöne Erleichterung der Lyra. Ich habe eine relativ kurze Zeit, um den Patienten in das Gerät reinzubringen und kriege es auch sicher hin, ohne dass ich mir allzu sehr das Kreuz verbiege. Das waren so die Punkte, warum ich gerne einen Gangtrainer haben wollte. Generell gerätestützte Therapie ist die Zukunft, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Es ist auf jeden Fall so, dass es eine Unterstützung für den Therapeuten ist. Die Unterstützung für den Therapeuten ist insofern wichtig, als dass meine Therapeuten sich des Kreuzes etwas entlasten können und es ein bisschen retten können. Ich habe viel Motivation von Patienten, weil die sehen, es gibt Fortschritte. Gerade bei der Lyra ist es so, dass die Patienten eigentlich immer fragen, wie weit war es? Wie viele Schritte habe ich jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Oh, wie war es das letzte Mal? Aber auch so, dass ich ihn auch motiviert kriege, dass ich auch sage, kommen Sie, ich sehe, Sie sind müde, aber so ein bisschen können wir noch, lassen Sie uns noch 50 Schritte zusätzlich machen. Und das funktioniert ausgezeichnet. Wir setzen die Lyra sowohl für Patienten ein, die wir eben sonst heben müssten, wo ich sonst zwei Therapeuten bräuchte, um mit der Zwicklung mit ihnen zu laufen. Aber ich setze auch für Patienten ein, die sehr kleinschrittig sind, wo ich die Gangschwindigkeit verbessern möchte, wo ich das Gefühl habe, die brauchen ein bisschen Rhythmus. Wir fangen jetzt so langsam an, auch mal Parkinson auszuprobieren, wie es bei den Patienten funktioniert, haben wir eigentlich sehr gute Erfolge. Die Patienten merken es selber nicht so sehr, aber man sieht deutlich von außen, dass sie schneller laufen, dass sie zügiger laufen und mit der Zeit sieht man auch, man sieht auch der Patient definitiv, Mensch, das fühlt sich ganz anders an. Das ist ja super. Schlagentfallpatienten, auch die haben wir drin, ist, da sieht man deutlich, dass die Belastung von beiden Beinen besser wird. Und die geben auch sehr schnell Rückmeldung, dass sie deutlich besser stehen, dass das Gefühl besser ist, dass sie sicherer sind, dass sie allein schon beim Transfer, wenn ich eine halbe Stunde Jura mache, dann ist der Patient müde. Das ist anstrengend für ihn, gerade weil wir ja auch am Maximum arbeiten, an der Belastungsgrenze. Wenn ich den dann also noch umsetzen lasse, weil er vom Stuhl nochmal rüber muss oder nochmal aufstehen lassen muss, damit der Gurt ausgezogen werden kann, er sagt mir automatisch, Mensch, ich stehe viel besser, was ist denn da los? Das ist auch fast die Gewichtübernahme, man beobachtet es auch. Wir nehmen auch Patienten, die schon selbstständig laufen, aber halt mit Stütze, mit eben kleinstrittig unsicher, auch die nehmen wir gerne in die Jura und bei denen sieht man auch die Erfolg und die spüren es dann auch sehr schnell.